Hei die hohe Menschen, willkommen zurück zu Let's Play Shadow Man Und wir machen hier weiter Ja, wir haben ja endlich den letzten Wunschplatz hier gefunden Und sind in dieses eigenartige Level geraten Ich nehm mal hier die Tischlampe Ja, schon besser Und Das sieht überhaupt nicht wundervoll aus Oh Gott Ah, das gefällt mir gar Ah, gar nicht Ah, komm Also verglichen mit Kunst Was hier so dranhängt Was Das Asyl wahrscheinlich Kann man was das darstellen soll Komische Kunst Jawohl Jawohl Und was ist hier Das ist ein Irgarn oder was Oh, Voodoo Oh Kalabasse Ich geh mal wieder etwas zurück Ich hab's Toll Sag bloß, hier gibt's gar nicht Ah, doch Oh Das wird mir sicher von Nutzen sein Ja Der dritte Akkumulator, oder? Ja Rein technisch gesehen Könnte ich jetzt schon wieder zurück Zum Asyl Und Oh Ach du Scheiße Was? Nein Nein Oh Oh nein Ach du Scheiße Wow Stell hoch Ich hoffe, ich lauf richtig Was? Oh nein Nein Oh nein 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 Okay Wow Weg hier Au Au Ach du Scheiße Weg hier Oh Gott Das ist heftig Was? Zum Wunderbar Das ist heftig Scheiße Das muss doch irgendwie aufgehen Oh Gott 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 Das darf echt nicht wahr sein Oh Lebensenergie Kadeau Ja gut Ich brauch Lebensenergie Ich muss dich hier lang Was? Nein Nein Verdammt Deck hier Ich bin doch ein Esel Ah Hier Muss ich glaube ich lang Ja Was? Was? Nur wegen einem Geheimnis? Nein 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 Ah, toll. Hier gibt's massenhaft Kadeau. Muss ich hier lang? Sieht aus wie so ein Fluchtweg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier muss doch irgendwo etwas sein. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Leute, ne. Wie makaber. Ach Gott, ne, oder? Toll, jetzt? Ich kann's mir schon denken. Bestimmt hab ich was geöffnet. Oh, ne. Was? Ach, du Scheiße. Alalalalalalalalalala. Ididididididi. Boah. Gott. Nee. Kuratz. Wenn Let's Player Geld verdienen würden, dann würde ich jetzt sofort um Gehaltserhöhung schreien. Ich würde sofort Gehaltserhöhung verlangen. Ah, ah, hier geht's weiter, oder? Hier nicht. Oh nein. Nein. Toll. Eine Irrfahrt, die ist lustig, eine Irrfahrt, die ist schön. Lalalalalala. Null Bock. Oh, nee. Warte mal, war ich da drin schon? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Doch. Okay, ich hab'n Plan. Kauft's zumindest. Lauf der einfach an mir vorbei. Kann ich jetzt? Ich muss es öffnen. Oh, Nato. Ah, da war eine Leiche. Heißt also, ich komm' entweder zu Marco Cruz, Milton Pike oder zu sonst wem. Ah, wie geht es weiter? Ah, wie geht es weiter? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay. Was? Nein. Nein. Ja, wacht alle auf. Steht von den Toten auf. Seit wann brauchen Tote eigentlich eine Turnhalle? Weg hier. Oh, nein. Weg hier. Nein, nicht Kado. Lebensenergie. Weg hier. Weg hier mal hier hoch. Das sieht nicht gut aus. Komm, die muss man doch irgendwie töten können, oder? Wie das so ein Hof. Ach du Scheiße. Boah. Gott. Okay, hier ist das Gerät. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Tja, nicht mehr viel. Okay, ich mache trotzdem mal. So gut, es geht weiter. Wieder eine Zelle geöffnet oder was? Oh nein. Oh ja, genau. Versperr du mir jetzt den Weg. Oh, nee. Ah, nein, 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 nein. 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 Boah. Weg hier. Was zum... Nein. Nein. Gefängnis duschen. Nein. 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 Ach du Scheiße. Nein, ich will nicht mehr. Oh, nein, 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 nein. Boah. Bleibt doch alle tot. Wow. So, Freundchen. Jetzt bist du dran. Na, end seine. Komm her. Komm her. Wenn du, sagen wir mal, einen FUD mischen würdest, woran würdest du das mernen? Stirb, Marco! Boah, wunderbar. Lebensenergie einsammeln. Ah, komm. Ketschwimmen! Wunderbar, Leute, ab hier mach ich Schluss. Mir wär das zu dumm, mir wär das zu krank. Aber, oh, eine von drei dunklen Zehlen. Oh, oh. Okay, ich weiß schon, was es eventuell bedeuten könnte. Leute, es verabschiedet sich Macho Markov. Tschö, mitte.